Wird schon was. Willkommen bei Folge 7. Ich glaub's jedenfalls. Scheiße, was geht denn hier los? Ich denke, der Ton ist ganz geil. Wir nehmen jetzt... Oh, das feinste Pupselan. Ja, jetzt hat meine Oma, glaub ich, auch sowas in der Art. Zu heute noch. Eigentlich gefällt mir das. Und das gab's schon 1800 noch was. Ist geil. Wie viel ist das wert? Hm, muss viel wert sein. Hier, Maria Margret vom Zillensteiner guckt sich... Ja, keine Ahnung. Ich finde das auch viel, viel... Oh, gewoll. Hier, du hast mich doch vor uns, du bist doch ein ganz kleines, du. Ein ganz kleines Süßes, du bist, ne? Ja, wird mit einem Ball gespielt. Oh, kein Beispiel. Ey, der Ball, der ist uns in der ersten Folge entgegengekommen. Okay. Was soll da nur passieren? Boah, ist das wieder schwer. Ja, ist einfach. Was soll da bloß passieren? Oh. Oh. Hallo? Okay. Brauchen wir einen Schlüssel. Und den Schlüssel werden wir 100 pro hier rausbekommen. Guck dich an. Komm, erschreckt mich jetzt. Es ist furcht, weil man erschreckt werden will. Man weiß, dass man erschreckt wird. Aber ich weiß, wie es geht. Oh, scheiße. Also, ich liebe Rätsel, aber... Es ist peinlich, wenn man aufnimmt und dann... ...dumm ist. Ist ja wirklich so. Boah, ist das hell. Ich kenne das Spiel gar nicht so. Was ist da? 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 Ah, ha. Gell. Okay. Oh, ja. Die Boomsteilament. Die Elden. Okay, das war das Ruse. die waren wütend und sind tot. Noch mehr Tod und noch mehr Verderben. Still, klein schätzen, die Nacht ist karl. Ja, so. Tut man bestimmt auch jemanden. Sterne erleuchten, es dunkelt auf einmal. Oh Gott! Mama, kommt es abends und decke dich zu! Nun ist sie nirgends, nicht findet, kannst du nicht. Oh, das war gar nicht schlimm. Ich erwarte einfach immer zu viel. Oh, es ist noch nicht vorbei. Scheiße. Okay, es ist noch nicht vorbei. Das war ein spezielles Blut, wie ein Horshaar-Blut, aber anders. An diesem Punkt habe ich hésitiert. Aber das wirklich funktioniert. Scheiße. Ich war bereits halbwegs durch und es ist nicht so, dass ich es einfach alles zurückblenden kann und das ganze Ding vergessen kann. Was ist das gerade? Ja. Ach, hier bei OBS da. Das haben wir ja gerade. Was ist das eigentlich? Es ist... Ach! Ja, hier war es mal geile Pinsel. Also machen wir jetzt geile Pinsel. Kommt, wir machen geile Pinsel. Ach, Alenas! Okay, los! Äh, ne, was machst du das? Ah! Ich habe Kopfschmerzen vor dem Spiel. Oh, Schiss, ey! hallo ja na klar denn dort das ist uns eigentlich passiert in den folgen davor ganz schön gefährlich mann 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 er spielt ganz cool ist was ganz anderes und ja kein kapitel okay wir sind noch bei kapitel 3 oder wir haben es nicht gefunden es kann auch sein das pferde das ist das pin ach wartet wir müssen erst mal zeichnen deswegen ja ganz verrückt also jetzt haben wir so gefunden anscheinend nicht so viel auch hier das hochzeitsfoto hier die die veganerin und aber es ist noch nicht so gut das muss man sozusagen also er spielt auch gerade ja ich meine es muss ja auch ein bisschen am leben erhalten werden das spiel weil wenn man es allein spielt würde man es wahrscheinlich besser spielen indem man viel mehr liest und so oder wahrscheinlich sagen sich für manche so ne du liest zu viel kann auch sein wir malen und sind kapitel 4 nun auch los ja cool so noch zwei kapitel ach das gute porzellan natürlich so gehen wir wieder raus es geht wieder los wir stürmen und es fängt schon wieder an mit dem rätsel oder nein jetzt fehlt die türen die türen und es gibt keine türen oh ja es ist zu ist ein leckerer marsch versteht wie sowas going in circles ja das mache ich die ganze zeit in kreisen gehen das war nett sein dass ich das war der wunst in folgen folgen habe ich ja manchmal licht und leicht zu vergessen also licht überall angeschalten und ausgeschalten obwohl ich die türen nicht reinkommen und die türen sind jetzt auch alle geschlossen noch nicht oh ich kann malen aha ja ja gucken sie daran ich will auf jetzt zuzugehen ich gehe hier rein und raus das sind ja manchmal los ey ruhelose andenken natürlich das gehen wir rein finde ich ganz fein steuer weg oh leute da wohne ich das spiel hat gemerkt man ist ja doof lassen wir das mal lieber aber da wohne ich seht ihr es da entscheide dich also geht ja nicht ne? geht ja nicht geht ja nicht gehen wir hier rein ich habe mich entschieden ne ach ich bin überhaupt da ach schrecke man gehe auch extra drauf zu Nein, das ist ganz klar. Ah, Bom. Bam, bam. Joach, da machen wir erstmal ein Doppelklang. Erst mal ein Bier schlafen, ne? Nein, das ist ja ein Quatsch. Ich mich überhaupt noch erschrecke davor. Hm, roten du! Hm, schreit dir hinterher, mein kleines Rädchen. Jojo, schau, 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 schau. Hä? Komm auf. Ja, das ist doch nicht so schnell. Da komme ich doch nicht rein. Bin ich überhaupt reingegangen? Oh. Okay. Irgendwann einen Schlüssel? Kurze Aufnahme, Cut.